Ich weiß es nicht, kann ich dir später sagen. Satt? Ja? Du hast noch nie besser ausgesehen. Ich weiß. Ich habe ein gezieltes Gespür für diese Hüte. Weißt du, was das Schlimme ist? Würde diese blöde Kürbis-Tal der, ähm... Würde diese blöde Kürbis-Lampe auf dem Kopf nicht, äh... ... also Superhammer-geile Stats haben? Ich meine, eine 55 gegen Feuer, eine 29 gegen physisch. Wo ist denn das? Ja, wo wir hin müssen. Ja. Wieder da oben. Story-Time. Du kennst das. Du musst doch die Story von dem Spiel voranbringen. Ja, ja. Die Story. Ich finde das immer noch faszinierend, dass der statt sich umgedreht über Grund. Ich ziehe da oben. Mal gucken, was läuft immer alles. Wie komme ich denn dazu? Ich dachte, ich bleibe oben schon. Was ist denn diese Scheiße hier? Aus der Armory. Okay. Natürlich, ich habe sie gekauft. Wie gesagt, sie gibt Super-Stats. Ja, okay. Ich sehe jemand, äh... Klingt schon durch. Gut. Nice. Die Hacker-Höhle, Finn. Naja, die ist bei mir. Ist das so? Ich finde das auch super, dass die Garantien einfach grundsätzlich, die Richtung gucken, wo sie, äh... Ich habe einen Job für dich, wenn du interessiert bist. Ja? Großartig. Ich glaube, ich habe einen Drucker an, oder? Ja, natürlich, sie ist tot. Was denkst du, so dumm? Nee, der Arsch ist normal. Okay, ich fahre sich nicht mehr aus wie Captain Bredow. Es sind die Kleinigkeiten. Also, ich weiß nicht, dass ich ihn nicht wiedergültig fühle, und dann in Diener geht und schreit auf mich. Aber ich kann sie nicht schreit, weil ich keinen Körper zu schreit über. Wie kann ich recyceln, wenn es nicht da ist? Die Schreitze von den Morks nicht mehr schreit haben, aber das ist eine komplette Schreitze. Weil ich schreit, dass die Krankenhäuser hat, um sie zu schreit, 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 um sie zu schreit. Und ja, das ist ein verdammt. Aber ich brauche jemanden von deinem Stature zu sprechen, um sie zu schreit, um sie zu schreit. Vielleicht checkt ihre Datenbank. Ich würde das selbst tun, aber ich bin ein verdammt Karl. Das ist wie ein verdammt. Wie ein verdammt. Wenn du in Diener finden, wirst du in Diener sein? Ich bin sicher, dass du in Diener sein kannst. Und du hast einen Kurs. Das ist es. Ich weiß, was du findest. Okay, sind wir hier durch? Wo seid ihr hin? Wahrscheinlich steht ihr schon da. Wir kommen. Das gute Drahid, dieses Spiel hat ein Parfinder. Ja. Und das hat auch noch versagt. Ja. Ich bin da. Wer noch? Ich sehe auch flauschig. Ja. Der Parfinder ist auch super. Vor allem wenn er sagt, du musst da lang und dann stehen da Level 20 Gegner rum und du denkst so, oh kacke. Nicht anschießen. Und dann kommt von irgendwo ein Schuss. Komm mal zu wo ihr. Willkommen dahin wo ihr seid. Oh. In der Stadt funktioniert das ohne durch überharte Gegner zu kommen. Sichur? Das liegt nämlich jetzt wo ganz anders lang. Ah, okay, da hat jemand nachladen mit dem Power-Level. Kann ich auch. Wollte ich ja eh machen, das ist aber quasi der kürzeste Weg, nicht der intelligente Weg, äh, richtig. Hi. Hallo Sexy Booty. Na, Mr. Fleischwurst? Nee, ich bin nicht mehr, dass er Fleischwurst. Guck mal. Ja, du bist, ähm, Mr. Trainingsanzug. Da fehlt eigentlich, glaub ich, nur noch ein Otter. Ja, jetzt ist es schön, aber er hat sich nicht mehr bewegt und noch nichts gesagt. Jupp. Oh, du bist ja kontentiert. Egal, er kriegt genau so gut. Also, wenn ihr Raketenwerfer dann trefft, kriegst du ein Treffer machen. Also, zumindest im Discord ist er noch. Aber ich vermute mal, dass er gerade ein, äh, vierbeiliges Problem irgendwo hat. Schnüffelnder weiß? Ja. Ein stüffelnder weißes Problem. Äh, ba-bam-bam-bam-bam-bam-bam. Den da wollte ich nachladen. Ist er weg? Stopp, jetzt ist er weg. Das ist er wieder. Welcher hast du denn? Das ist die Kleine. Das sieht groß aus. Äh, ich hab die... HC9 Flatterne. Ach so, ja? Ich höre euch noch. Keine Ahnung, wieso... Äh, okay. Da hört uns, aber keine Ahnung, wieso wir... Also, er uns nicht hört. Vielleicht hat sein Windows einfach gedacht, Mikrofone braucht man gar nicht. Du bist sicher, dass du die Flatliner hast? Ja. Das macht mein Charakter da, okay. Ich höre. Hört der mich jetzt wieder? Jetzt höre ich wieder. Ah, okay. Na gut, das Mikrofone hat sich runtergeregelt, weil's kann. Ja. Ist das zu laut, oder? Nö, ist okay. Ja, wie gesagt, ich muss jetzt noch ein neues Hochregen, deswegen wusste ich jetzt nicht. Ähm, ich verstehe dich die ganze Zeit nach unten, deswegen weiß ich nicht, warum ihr da oben seid. Weil das Spiel nicht da hinten schickt. Ja, das passiert auch. Das ist, wenn man mehrere Missionen an nimmt, schickt er einen manchmal der Next, der... mal ausgewählt hat. Ja. Gut, dann muss ich mal wieder rausfinden, wie man nach oben kommt. Äh... Alternativ musst du einfach den... Platztausch als Mission aktivieren, glaube ich. Ja, das habe ich schon fünfmal versucht. Ja, okay. Wenn diese Kack-Steuerung jetzt ein... Ich kann ja auch nicht zu, ich fliegen würde. Kann man da nicht mal runter? Boah. Ich kann mir nochmal jemand sein, wo ich lang muss. Vielleicht irgendwie... Äh, ja, ja. Ich komme mal wieder zu. Guck mal, das ist Koulter. Bist du es nicht niedlich? Witzig. Du musst auf jeden Fall irgendwo nach... äh, nach links. Ja, ich bin links in der Ecke, da geht es nicht weiter. Wo bist du gerade? Dann komm mal ein Stück nach unten. Toll. Genau, jetzt halte ich rechts. Äh, also... Was war das? Und versuch mal, die Ebene runterzukommen. Ich bin schon am Ende der Treppe. Das ist blau geleuchtet, Blacky. Jetzt bist du noch vorbei. Bin ich auch nicht runter? Ich habe nur eine andere Granate ausgewählt. Ah, super. Okay. Kann ich noch nicht. Jetzt gerade quer über meine, äh, Dienstkarte. Ich muss erst wieder freigeschaltet werden. Oder aufgeladen. Da bist du. Genau, da kommt ich. Ähm, ich... Ich konnte mich nicht mehr gegen, alles klar. Folge dem Türbiss, Mann. Deckerbiss, Mann. Deckerbiss. Ich nehm's gar nicht mehr. Es ist echt faszinierend, dass ich hier quasi damit das ganze Ding abreiße. Weil irgendwas musst du ja können. Ja, so. Mein Blip sagt, ich muss da runter. Ja, es war ziemlich gut. Es hat sich bewegt, ich muss da schießen. Ja, mach ich auch immer. Und dann beschwert sich Blacky, dass ich ihn treffe. Das ist doch schon mal was. Ja, das ist schon mal was. Dann muss ich wirklich gleich was folgen. Ah, er ist schon tot. Dix. Hier ist auch einer. Oh, oh, Entschuldigung. Ich hab ihn dran. Ja. Aber hier sind noch ein paar. Wenn du schaffst. Was erklärt noch, ob hier so viele Zivilisten rumstürt sterben. Ja, er hat ja noch mal ne Dread dabei. Ping sagt nie eine Richtung. Hey. Du hast mir gerade den Arsch vergeben. Ne, du hast über ne Schussbahn reingelaufen. Das kennen wir doch. Er ist aggressiv auf mich zugeflohen. Oh yeah. Level 3 Gegner. Die haben... Oh ja. Okay. Die Waffe gefällt mir nicht so gut. Nein, sie gefällt mir nicht so gut. Dum-ta-dum-ta-dum-ta-dum. Das war bei dir. Bei der Standard allerersten Waffe. Die sind die anderen. Die anderen. Da liegt übrigens noch Helf. In der Richtung. In der Richtung. Ich glaube, ich brauche keinen. Otto, was hat du nicht? Ich hab dran wenigstens Helf. Das hab ich dir. Ich hab mich dazu entschieden, euch den Helf zu geben. Deswegen. Und sonst hab ich wahrscheinlich schon mitgenommen. Hey, warum? Wir müssen da runter. Ja, sieht so aus. Der krach noch zu teilen schon. Ja. Oh, 13,14er. Ja, sehr gut. Die sterben sind. Ja, gab es ja auch im Kreuzfeuer. Oh, ein Bot. Ja, das ist meiner. Aber auch ein. Das war's. Nee. Gut. Bin down. Bin down. Okay, Level 19 ist offensichtlich noch ein bisschen. Ja, 13er schaffen wir dann offensichtlich noch. Aber 19er ist schwer. Ich würde sagen, einen Versuch machen wir doch. Dann gucken wir mal weiter. Achso, ins Bett. Wir sind übrigens zu dritt. Ja, wo ist der Städter? Noch weh ich. Und ja, es gibt auch schon was mit Deckung, aber... Aber... Das ist schon weich, Alter. Genau. Und Racket. Wir sind unsere Städter? Uuuhh, das ist diegültige, die sie hier... Wir sind hin. Wir sind hin. Wir sind. Wir sind hin. Wir sind hier. Wir sind. Wir sind hin. Wir sind. Wir sind Already. das war das war ich hab ja ein zivilist mit dem feuer gefecht die treppe rauf wir sind erst in die kiste kann ich nicht töten gesperrte tür 1 Sperrt. Ja, Tom, ist gut. Weiter rauf.